Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Über drei Jahre ist es her, da war dieser Mann schon mal zu Gast bei mir im Podcast. Und 160 Folgen später sitzt er erneut bei mir. Jemand, den ich als Kind schon als ein Idol bezeichnet hatte und das auch immer noch jemand ist, zu dem ich immer noch gerne aufschaue. Heute bei mir Rochus Hahn. Hallo Rochus. Hallo, hallo Shaggy. Du bist ja in deiner Rolle, in deinem Job als Autor heute bei uns. Du hast ein neues Buch geschrieben, was auch mir sehr nahe ging. Ich habe ein bisschen reinlesen können. Ich habe noch nicht das ganze Buch geschafft. Eine Vorzeigefamilie. Ganz kurz gefasst, worum geht es in diesem Buch erst? Wir werden nachher noch drüber reden. Ja, es geht um meine Eltern. Die Geschichte meiner Eltern und die Geschichte, die ich mit ihnen erlebt habe. Da reden wir nachher nochmal drüber. Aber ganz kurz für die, die vielleicht Folge 21 noch nicht gehört haben. Eine kurze Zusammenfassung. Wer ist Rochus Hahn und woher kennen wir uns? Wir kennen uns über die Sendung Ketchup, weil ich damals Wrestling moderiert habe und du einer derjenigen warst, die eine Faszination daran gefunden haben. RTL Plus damals noch. Das stimmt, bevor es RTL hieß. Ja, genau. Also ich bin da auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinder und habe das dann moderiert, gerne moderiert. Das hat riesen Spaß gemacht. Es war eine tolle Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnern tue. Und es war leider zu kurz. Und als wir dann vom Sender waren, hatten wir es aber immerhin geschafft, schon so eine Art Kultstatus zu erreichen. Also der Kollege Joe Williams und ich. Und ja, und das ist dann bei manchen Leuten hängen geblieben bis heute. Bei mir unter anderem natürlich auch. Und da sind wir uns auch öfters mal auch begegnet in dem Zusammenhang. Dann, du bist dann aber auch natürlich nicht dabei geblieben. Du bist ja eigentlich auch Autor, Drehbuchautor und Buchautor, Drehbücher unter anderem für Das Wunder von Bern. Da haben wir auch schon drüber geredet. Ein wirklich erfolgreicher Film. Und auch per Tatort, auch da einige Folgen geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben für Tatort, aber ich war wirklich in allen Bereichen unterwegs. Also ob es jetzt Geschmack von Apfelkernen war oder warum Männer nicht zuhören, Frauen schlecht einpacken. Hubert und Staller. Also es ging kreuz und quer durch den Garten. Horror habe ich nicht geschrieben, aber das habe ich ja hier in Comics gemacht, als wir hier in Fulda noch Menschenblut rausgebracht haben, dieses Andergrund-Comic-Magazin. Da gab es dann Horror seit, aber im Fernsehen war es dann eben Komödie oder vielleicht Krimi. Das ist so eine kurze Zusammenfassung, was Rochus Hahn vorher gemacht hat. Nach unserem Podcast der letzten Ausgabe ist ja noch einiges dazugekommen. Unter dem Pseudonym RP Hahn, kannst du mir auch gleich mal erzählen, wie es dazu kam, hast du die Rügen-Grimis auch geschrieben. Wie kam es dazu? Ich hätte gerne lieber unter Rochus Hahn geschrieben, weil du musst ja eh dir einen Namen aufbauen. Und die Piepers haben aber gesagt, ja, wir bringen den Roman raus, aber nicht unter Rochus Hahn, weil da sind ja schon lustige Bücher erschienen. Und wir wollen die Leute nicht verstören. Ja, die denken, Rochus Hahn, ja, das muss lustig sein. Und dann passiert auf der dritten Seite ein Mord. Also diese Nervenschädigung wollen wir doch nicht riskieren bei den Lesern. Und deswegen musste ich mir was aussuchen. Dann habe ich halt meine Initialen genommen und unter RP Hahn bin ich jetzt Krimi-Autor. Das heißt RP Hahn, ja, das wird Englisch. Rochus Polycarp Hahn. Ja, ich spreche es gerne RP aus, als ob es irgendwie so ein amerikanischer Erfolgsautor wäre. Ich habe den ersten Rügenband, den hast du mir damals geschenkt, als er rausgekommen ist, zweiten und dritten, habe ich auch zu Hause. Noch nicht reingeschaut, aber ich fand die Art, deine Art Krimis zu schreiben, auch ganz besonders, muss ich sagen. Der vierte allerdings, der wird nicht im Pipa-Verlag oder ist nicht im Pipa-Verlag erschienen. Warum denn das? Unüberbrückbare Differenzen mit einer jungen Lektorin, die das Buch zur Hälfte gelesen hatte und dann mir Änderungswünsche gesagt hat. Man muss dazu sagen, die Redakteurin, die mich bis dahin rausgebracht hat, hatte den Verlag verlassen. Und die Redakteurin mochte meine Sachen, egal wie fragwürdig das war, was ich geschrieben hatte. Der hat immer ein Auge zugedrückt und hat mich immer gewähren lassen. Und dann kam eine neue und hat mich dann outgesourcet an ein junges Talent. Und da ging es dann plötzlich nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich durch das Buch und lass mich selber rausbringen. Und dann hatten die auch nichts dagegen, weil wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, dann befeuert das die alten Titel ja auch wieder. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Und ich muss mich jetzt mit keinen Redaktionen mehr rumschlagen. Allerdings habe ich die äußerst unangenehme Aufgabe, 17 Mal das ganze Buch Korrektur zu lesen, bis dann der letzte Fehler draußen ist. Das gehört dann halt dazu. Das ist beim Verlag das Beste, dass es dann Leute gibt, die das machen. Aber am Ende haben sie mir auch immer bei PIPA das Buch geschickt. Lesen Sie es doch nochmal durch. Da haben sie natürlich den Lektor dann eingespart und muss man selber auch nochmal Korrektur lesen. Ja, der Laternenfisch, der vierte Band. Vielleicht auch kurz zusammengefasst, worum geht es denn in den Rügen-Krimis? Ist es immer der gleiche Hauptprotagonist? Also eigentlich ist es Game of Thrones nur in einer Krimi-Landschaft auf Rügen. Und ja, ich mag ganz gerne so Figuren, eine Figurenwelt erschaffen. Und das heißt, in dem ersten Krimi geht es dann um zwei Figuren oder drei. Und in dem zweiten baue ich dann dieses Ensemble auf. Und jetzt im vierten Krimi sind wieder neue Figuren dabei, neue Polizisten, neue Protagonisten. Aber die alten spielen auch wieder mit. Und so entwickelt sich allmählich so eine Figuren-Landschaft, die, ja, das ist dann relativ komplex. Und tatsächlich ist es so, wenn man dann den vierten liest und hat die ersten drei nicht gelesen, dann, ja, kommt man schon zurecht. Aber vielleicht sagt der eine oder andere, sind aber verwirrend viele Figuren. Ja, dann lest am besten auf jeden Fall nochmal die ersten drei, bevor ich den Laternenfisch durchlese. Kaufen könnt ihr natürlich schon. Also meine Frau hat empfohlen, den ersten nicht zu lesen, weil er sie depressiv gemacht hätte und ihr den ganzen Rügenurlaub verdorben hätte. Aber der zweite ist mehr so ein klassischer Krimi-Suche nach einem Serienmörder. Das ist mehr so eine Mainstream-Geschichte, die ist sehr, sehr gut geworden. Der dritte ist dann auch wieder so ein Thriller-Ausreißer. Der vierte ist wieder Serienmörder-Geschichte. Also die Krimis sind nicht so sehr ähnlich. Immer jede Geschichte ist immer ein bisschen anders. Du hast ja auch RP Hahn und Rochus Hahn, eine und dieselbe Person, verschiedene Genres, wie du es gesagt hast, von den Krimis, ja, der Rügen-Krimis bis hin zu diesen komödiantischen Werken wie die Kunst Elch-Urin zu trinken. Auch das habe ich natürlich... Nicht die Kunst Elch-Urin zu trinken, bitte. Wie hieß es? Die Kunst Elch-Urin frisch zu halten. Frisch zu halten, genau. Es ist sicherlich eine Kunst Elch-Urin zu trinken, aber ich habe ja auch noch keinen damit auftreten sehen. Es ist auch eine Kunst, es sich zu merken, genau. Aber ein tolles Buch gewesen. Ich habe damals sehr wirklich herzhaft gelacht. Wie erfolgreich sind denn deine Bücher gekommen? Ja, nächste Frage. Nein, also der Elch-Urin war tatsächlich der erfolgreichste von allen, weil der als Print rausgekommen ist. Und ich glaube, davon sind etwas über 3000 verkauft worden. Das ist jetzt noch nicht so, dass man davon Erfolg sprechen kann. Und der zweiterfolgreichste ist tatsächlich der Dünenteufel von den Rügen-Krimis. Da sind dann, ich glaube, 2200 verkauft worden. Aber solche schönen Titel wie Vom Hunde verweht, eigentlich nur Romantic Comedy, sollte ganz nett sein. Da sind dann noch nicht mal 500 über den Tisch gegangen. Das ist ein E-Book. Also da hat es sich noch nicht rumgesprochen, dass das jetzt vielleicht dem einen oder anderen seinen Humor bedienen könnte. Und das ist eben so, wenn du neu anfängst, dann müssen die Leute dich erst kennenlernen. Die wissen ja gar nicht, können ja nicht jedes Buch kaufen und lesen. Also von all diesen verschiedenen Genres, die wir hatten, kommt jetzt ein Buch über deine Eltern. Und das ist sicherlich dein persönlichstes Buch bisher. Und das handelt in zwei Teilen von deinem Vater und deiner Mutter. Wie kam es dazu? Es kam so dazu, dass ich tatsächlich gedacht habe, ich sauge mir immer diese fiktiven Geschichten aus den Fingern und fabuliere so vor mich hin und bin aber selber ein ganz großer Freund von wahren Geschichten. Und ich habe mir gedacht, mein Vater war so ein schräger Typ, vielleicht schreibe ich einfach mal auf, was ich so über ihn weiß. Und das habe ich dann gemacht. An meine Mutter habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, die war jetzt eher so im Hintergrund farblos. Also ich habe da nichts gesehen. Also habe ich gedacht, ich schreibe mal alles auf, was mit meinem Vater gewesen ist. Da waren richtig Hardcore-Sachen. Der war ein Mann, dem leicht mal die Hand ausgerutscht ist. Der war schräg und eigenbrötlerisch. Also der war schon eine Figur, die man nicht so leicht fassen konnte. Trotzdem habe ich ja ein Leben lang mit ihm Kontakt gehabt und sehr vielschichtigen Kontakt, habe ich das aufgeschrieben. Das ging so, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, vielleicht vier Wochen, dann war das runtergeschrieben. Dann stürzte meine Mutter, die 93 war, im Braunschweig und ja, da brach dann einen Knochen im Oberschenkel. Das war dann schon klar, mit 93 schwer herzkrank, das war dann tatsächlich der Anfang vom Ende. Und mit meinem Vater habe ich am Ende ja gut abschließen können. Ich habe eine Sterbebegleitung gemacht und fühlte, dass danach alles rund gewesen ist mit dieser ganzen schillernden Reise. Als meine Mutter tot war, war ich plötzlich völlig ratlos, weil ich hatte eher negative Gefühle. Also es war, ich war wütend auf sie. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich doch einen Teil über sie schreiben. Auch ein kleines bisschen, um für mich selber nochmal alles klar zu ziehen und das als eine Therapiereise für mich zu machen, um das nochmal zu ergründen, was da passiert ist. Und das hat tatsächlich funktioniert. Da sind dann unterwegs so viele Dinge gekommen, dass ich am Ende richtig geschockt war, weil meine Mutter eigentlich keineswegs die Person im Schatten war, die sie war. Sondern sie hat eine ganz, ganz wesentliche Rolle für unsere Familie gespielt und das war keine gute Rolle. Trotzdem wollte ich dann am Ende mit ihr auch im Frieden auseinander gehen. Und das ist eben die Reise, die in diesem zweiten Teil, die ich da aufgeschrieben habe, dass ich dann irgendwo am Ende mit ihr auch zu einem versöhnlichen Punkt gekommen bin. Das war mir wichtig. Und deswegen ist das Buch dann am Ende tatsächlich erstaunlicherweise zu einem guten Ende gekommen. Das habe ich bis zum vorletzten Kapitel gar nicht absehen können. Was denkst du, würden deine Eltern sagen, wenn sie die Vorzeigefamilie noch lesen könnten? Die würden gerne im Boden versinken, weil es natürlich nicht schmeichelhaft ist. Also mein Vater mehr als meine Mutter. Aber da sie tot sind, haben sie mir ihren Segen gegeben und jetzt stehen die über allem. Und ich glaube eher, dass sie mir gönnen, dass ich da vielleicht auch ein anerkannt werde als ernsthafter Schriftsteller. Und die Kritiken, die ich jetzt bis jetzt gelesen habe im Internet, zeigen ja, dass die Leute eben das durchaus so wahrnehmen, dass ich da als seriöser und ernsthafter Erzähler durchaus bei denen ankomme. Du sagst, die Kritiken sind bisher sehr, sehr gut auf dieses Buch. Gibt es weitere Pläne in der Richtung, auch weiterzuarbeiten? Erstmal nicht. Also ich bin natürlich versucht, so weitere Dönigens aus meinem Leben zu erzählen. Aber jetzt im Moment habe ich den vierten Rügenkrimi. Der soll im März erscheinen. Und ich habe die Idee für den fünften im Kopf. Der spukt bei mir so rum, will eigentlich raus. Und ich denke, dass es am gescheitesten ist, wenn ich irgendwie nochmal so ein bisschen mich als Autor etablieren will, dass ich diese Rügenschienen etwas weiter beackere. Weil wenn ich den sechsten oder siebten geschrieben habe, dann bin ich vielleicht an so einem Punkt, wo ich so viel, sagen wir mal, Anhänger habe dieser Welt, dass dann die Bücher auch ein kleines bisschen was an Ertrag einspielen, was sehr willkommen wäre. Eine Vorzeige von mir von Rochus Hahn. Das ist ja dein bisher persönlichstes Buch. Das kann man ohne Zweifel sagen. Ist es auch dein wichtigstes Buch bisher? Das muss ich mit Ja beantworten, weil ich finde, die Wahrheit rangiert immer vor selbst gut ausgedachten Geschichten wie dem Elchurin. Weil das hat Substanz. Und ich meine, ich muss jetzt ganz offen zugeben, ja, ich habe das Ding rausgebracht und die Zeit wurde knapp. Ich hatte eine Kampagne organisiert, so ein kleines bisschen Werbebegleitung durch Vorablesen. Und allmählich lief mir die Zeit aus. Und ich las Korrektur und las Korrektur und die Fehler wurden nicht weniger. Jedes Mal, wenn ich gelesen habe, sprangen mir wieder fünf Fehler an. Jetzt ist das Buch rausgekommen und einige der Kritiken sagen, also wir hatten da Korrektur gelesen. Jedes Kind sollte ein Instrument lernen. Da steht aber drin, jedes Kind sollte ein Medikament lernen. Also das sind natürlich peinliche Fehler. Und man fragt sich dann immer, wie wenig kann man leisten, dass es immer noch professionell ist. Ja, und das ist leider die Grenze überschritten. Deshalb lese ich es schon nochmal Korrektur und werde jetzt in den nächsten Tagen eine zweite Auflage machen, was bei Book on Demand ganz einfach ist. Da lädt man dann die korrigierte Fassung hoch und dann sind die Fehler hoffentlich Geschichte. Du hast jetzt schon mehrfach die Kritiken angesprochen. Wie wichtig sind sie für dich? Habe ich nicht, ich habe es einmal angesprochen. Du hast mir in den ausständigen positiven Kritiken hervorgehoben. Echt? Also wie gehst du damit um? Wenn es jetzt zum Beispiel schlecht die Kritiken sind, wie gehst du damit um? Also die ersten sechs Kritiken waren tatsächlich fünf Sterne von fünf. Dann lief ich so wie Dirk Nowitzki durch die Wohnung. Ich musste den Kopf einziehen, dass ich nicht mit dem Kopf an die Türrahmen stoße. Und dann kam die siebte Kritik. Das waren zwei Punkte, nicht meins. Und dann war ich Danny DeVito. Das geht ganz schnell. Also ich versuche mich ein bisschen davon unabhängig zu machen, weil es gibt immer Leute, denen das nicht gefällt, was du schreibst. Und trotzdem ist es so, dass die, ich kriege manchmal drei Sterne Bewertungen und die Leute schreiben, das Buch ist gut zu lesen, das ist wichtig und so. Geben drei Sterne. Ja, das ist dann für die schon positiv. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch, aber das war gut zu lesen. Wir finden es wichtig und so. Also man darf es nicht zu dramatisch sehen. Ich bin jetzt erstmal mit den Reaktionen recht zufrieden. Du wirst ja aus diesem Buch auch bei der nächsten Kickshow, Kleinkunst im Kulturkeller, am 27. April, wirst du auch einige Passagen vorlesen, vortragen. Wie bereitest du man sich auf so eine Lesung vor? Weil du kannst ja nicht das ganze Buch. Du hast 20 Minuten. Das Buch hat man nicht in 20 Minuten durchgelesen. Wie sucht man da die passenden Passagen aus? Ja, das Gute ist, dass ich ja sehr, sehr viele Ereignisse schildere auf wenigen Seiten. Zum Beispiel, wie ich als Ladendieb unterwegs war, unterwischt wurde und zu meinem Vater musste. Oder wie ich ein Instrument lernen sollte und mein Vater mich fragte, so, was möchtest du für ein Instrument spielen? Ich war elf. Und ich habe dann gesagt Cello. Und ich hatte keine Ahnung, was ein Cello ist, aber ich fand der Name, das hört sich schön an. Und er fragte, weißt du, was ein Cello ist? Der kannte seine Pappenheimer. Oh, da dachte ich jetzt, das ist keine falsche Antwort. Dann habe ich gesagt, ein Streichinstrument? Ja, dann hat er gedacht, ich wusste, worüber ich spreche. Und als dann das Cello riesengroß war, eine riesengroße Geige, war ich echt erschrocken. Und diese Passage ist dann diese Geschichte mit dem Cello, ist dann so auf zwei Seiten erzählt. Das kann man dann mal vorlesen. Und ich habe da so, ich denke mal, wenn ich vier von diesen kleinen Episoden mit Vater und Mutter raussuche, dann könnte ich dann ganz schönes Potpourri gestalten. Das ist auch durchaus unterhaltsam, weil gerade mit meiner Mutter, die ja sehr, sehr religiös war, gab es echt kuriose Begebenheiten. Ich würde gerne gleich noch ein paar allgemeine Fragen zu dem Autor an Rochus Hahn stellen. Wir haben viele auch Hörende hier unter den Hörerinnen. Nicht nur Blinde. Die auch selber viel schreiben und dazu bestimmt auch Fragen. Ich werde dich gleich noch ein paar Fragen stellen. Aber ich möchte vorher noch einen Namen ansprechen, der auch einen Namen aus deiner Vergangenheit, aber auch gerade aktuell wieder auf dem YouTube-Kanal auftaucht. Ingo Flück, dem hast du einen Kurzfilm gedreht, Die Seele von Arnsberg. Der hatte jetzt auf YouTube die Premiere. Der ist aber schon, ich glaube, 2015 gedreht worden. Wieso kommt er erst jetzt? Ja, wir haben den gedreht als No-Budget-Produktion. Ich habe den Ingolf angerufen und gefragt, ob er mitmachen wollte, weil ich die Idee hatte, es lief damals wirklich nicht so wahnsinnig gut im Drehbuchgeschäft. Und ich hatte eine wichtige Auftraggeberin verloren und habe dann gesagt, ich ergreife die Initiative, ich schreibe einen Pilotfilm für eine Serie von zwei Reportern, die immer in irgendwelche kleinen Städte geschickt werden. Und dann erleben die da lustige Sachen und gleichzeitig gibt es ein Porträt von dieser Stadt. Hätte man zum Beispiel auch in Fulda machen können. Und das haben wir dann gedreht. Und jetzt ist es so, dass das ganz okay geworden ist. Und ich habe dann versucht, das irgendwo anzubieten. Aber tatsächlich, weder die Filmfestivals wollten es haben, denen war das nicht frech und nicht innovativ genug. Und den Sendern, denen ich es angeboten habe, die haben dann auch gezögert. Vielleicht lag es auch daran, dass ich selbst die zweite Hauptrolle gespielt habe. Hätte vielleicht jemand verpflichten sollen, der so ein kleines bisschen eine Größenordnung wie Ingolf Lück gehabt hätte. Weil Ingolf ist super als Komödiant. Und so ist das dann nicht dazu gekommen, dass er auf irgendeinem Festival gelaufen ist oder dass irgendein Sender sich dafür interessiert hätte. Und damit er nicht völlig in der Schublade verstaubt und ich gedacht habe, komm, da können wenigstens ein paar Leute sehen, die ihn sehen wollen, habe ich dann die Mitbeteiligten gefragt, ob wir den einfach auf YouTube jetzt veröffentlichen, weil das wird jetzt auch nichts mehr. Und jetzt ist er eben bei YouTube rausgekommen, die Nachfrage ist nicht so groß. Ich weiß nicht, 200 Leute haben den gesehen. Das ist jetzt nicht so ein Echo, was mich umgehauen hätte. Aber wenigstens ist es jetzt mal zu sehen. Es ist ganz nett. Ich habe auch ein paar Leute gehört, die gesagt haben, das ist schön geworden und so. Aber es sind auch meine Freunde, die sagen mir natürlich, Gott, habe ich mich gelangweilt. Ist Ingolf Lück auch einer deiner Freunde? Also ich meine, du kennst ihn aus der Vergangenheit. Und er hat meines Wissens ja ohne Honorar mitgespielt, ist das richtig? Ja, der hat ohne Honorar mitgespielt. Der ist immer sehr, sehr angenehm gewesen. Ich weiß nicht, früher hat er noch eine Wohnung in Berlin gehabt. Als ich nach Berlin bin, mit meiner Freundin hat er mich da wohnen lassen in seiner Wohnung. Also wir haben uns immer wieder getroffen. Wir haben uns bei Formel 1 kennengelernt. Wir waren bei 10 oder G, da war er Moderator in Schweden und ich war Autor. Er war bei Brax Pranger gewesen. Hat sich ohrfeigen lassen. Also der Mann ist ein super Profi, also wirklich ganz tadellos. Und dass wir Freunde sind, das wäre jetzt zu viel gesagt. Also wir sind uns freundschaftlich verbunden, aber so ein enges Kontakt nicht. Also zu meiner Beerdigung wird er höchstwerte nicht kommen. Brax Pranger hast du gerade angesprochen, das war ja diese Talk-Reihe innerhalb von Catch Up, diesem Rating-Magazin. Für mich eigentlich immer noch die beste Talkshow, die hier im deutschen Fernsehen gelaufen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Die Talkshow war immer dann gut, wenn geile Gäste da waren. Also zum Beispiel Dieter Krebs war da, mit dem war es super. Oder Wolfgang Völz, einer meiner Lieblings. Also die saßen so da, so alte Halunken, mit allen Wassern gewaschen. Die haben sich von so einem kleinen Horstbrack nicht aus der Reserve locken lassen. Die waren also schlagfertig und schnell. Also wenn die Gäste super waren, dann war das toll. Wenn die Gäste jetzt einfach mal eher so reserviert waren oder so, dann bin ich schon als Moderator manchmal verhungert, weil so schlagfertig bin ich nicht, wie Ottfried Fischer damals in der Sendung auch richtig gesagt hat. Also wenn ich das jahrelang trainiert hätte, wäre ich da vielleicht besser gewesen. Aber ich war nicht so gut, wie ich hätte sein müssen, damit man sagen könnte, also der Mann hat Kaldall-Format. Oder etwa Harald Schmidt, das sind ja Leute, die auf einer ganz anderen Ebene performen. Du hattest da schon wirklich namhafte Gäste, die du gerade auch angesprochen hast. Ich erinnere mich auch von Ron Williams, der war auch einmal zu Gast. Der hat mich so fertig gemacht. Der war ein super Typ, aber der hat mich so fertig gemacht. Von der Kamera hat mir meine Cue-Card aus der Hand geschlagen und gesagt, guck mal, da hat er sich aufschreiben müssen, was er alles für Fragen hat. Ich habe schlecht ausgesehen, aber das machte nichts, weil er sah gut aus und die Leute mochten das ja, wenn Horst Brack auf die Mütze gekriegt hat. Meine Lieblingsepisode bei Brexpranger war übrigens die mit deinem Kollegen, Joe Wilhelm selber. Ja, da bin ich echt verhungert, weil Joe hat nichts gemacht. Er hat da gesessen, hat eins in mich geantwortet und ich bin so richtig verhungert. Aber gut, also es sieht jeder anders. Also ich habe ihn jedenfalls in der Situation, habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt und hätte gerne besser performt. Ich weiß noch, dass er gesagt hat, niemand kann schneller essen als ich. Das war eines seiner Zitate, die er da gebracht hat. Ich weiß nicht, warum ich mich daran noch erinnere. Wahrscheinlich bin ich auch vielleicht der einzige Mensch von auch, zumindest unter unseren Hörern, die das jetzt überhaupt wahrscheinlich noch wissen. Lass uns nochmal kurz so zu Ingolf Lück zurückkommen, unhonorar. Aber er hat auch nicht auch sein Mini, als Filmauto zur Verfügung gestellt. Das war sein privates Auto. Ja, ja, hat sein Mini als Filmauto zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir halt gedreht im Winter. Das war so kurios, weil wir haben gedreht, da war kein Laub an den Bäumen. Und dann mussten wir noch einen Nachdreh machen und der verschob sich und dann war alles grün. Und dann stehst du in derselben Location, nur jetzt sind nicht die Bäume kahl, sondern überall ist es grün. Du musst immer so Ecken finden, wo du die Kamera draufhalten kannst, dass nicht alle Leute sehen. Es ist inzwischen der Frühling eingebrochen innerhalb von wenigen Minuten. Und es war eisekalt, als wir gedreht haben. Und der Ingolf hat gefroren wie ein Schneider. Aber der hat das dann eben alles bravourös mitgemacht. Und ich bin ihm da sehr dankbar. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr rausgekommen wäre, weil er ist als Schauspieler, finde ich, wäre er viel besser aufgehoben, so als Moderator oder Tänzer, obwohl er das ja auch gut macht. Der Film, wie lange habt ihr gedreht? Wir haben vier Tage gedreht, 45 Minuten, vier Tage und noch so ein halber Drehtag mit so, naja, mit so Totalen und Walkthroughs und solchen Geschichten. Also, aber eigentlich den wesentlichen Teil haben wir in vier Tagen abgedreht. Das war natürlich ein heftiges Programm, wenn wir nur zehn Minuten am Tag drehen mussten. Ja, das glaube ich gerne. Lass uns jetzt wieder zurück zum Schreiben kommen. Ein paar allgemeine Fragen noch dazu. Gibt es einen Moment, an dem man denkt, dass das Buch jetzt fertig ist? Das ist, ja, jetzt ist es perfekt. Wie entscheidet man, okay, das Buch ist fertig? Man ändert ja oft noch Dinge zwischendrin und dann ändert man kleine Geschichten, kleine Charaktere. Aber wann hat man den Entschluss gefasst, das Buch ist jetzt fertig? Also, da ich kein Perfektionist bin, komme ich dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, so, jetzt sind es so Marginalien, jetzt stellst du noch Sätze um, jetzt guckst du auf ganz, ganz feine Nuancen. Das ist dann nicht notwendig. Also, ich komme dann, habe so das Gefühl, so, jetzt ist der Punkt erreicht, dass das, was du jetzt in Arbeit reinsteckst, in keinem Verhältnis mehr steht für die Qualität, die du damit gewinnst. Und dann sage ich, das Buch ist fertig, weil wenn ich es durchgehe, ich lese ja gerade nochmal Korrekturvorzeige von mir, weil eben doch noch Fehler drin sind, dann verändere ich schon hier und da doch nochmal einen kleinen Nebensatz, weil es einen immer in den Fingern juckt. Aber bei mir ist es schon so, dass ich irgendwann auch die Nase voll habe. Und dann sage ich so, das muss jetzt auch zum Ende kommen. Wir haben es ja schon gesagt, du schreibst ja auch verschiedene Genres, verschiedene Sachen schreibst du, mehrere Dinge auch parallel oder bist du immer mit einem Buch beschäftigt, bei einem Werk? Also früher im Filmbereich gab es das schon, dass man dann mal eine Überarbeitung hatte von einem Buch, wenn man in einem anderen Projekt saß, das ließ ich nicht vermeiden. Aber wenn ich Romane schreibe, schreibe ich nicht parallel. Weißt du, welches Buch du als nächstes schreibst oder bist du gerade schon dabei? Ja, ich schreibe Die Seewespe. Die Seewespe Teil 5 von den Rügenkrimis. Teil 5, da bist du gerade dran. Du hast früher mal erzählt, dass du fast auf Kommando Ideen produzieren kannst. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du so viele Ideen, dass du mit dem Schreiben nicht nachkommst oder gibt es bei dir auch Momente, wo du einfach nicht weiter weißt? Also das ist lange her, dass ich das gesagt habe, oder? Weil inzwischen denke ich überhaupt nicht mehr so. Also früher war es tatsächlich so, als wir Sketche gemacht haben, dann gab es echt eine Zeit, da konnte ich losschreiben und mir ist sofort was eingefallen. Jetzt ist es so, dass meine Ansprüche höher sind. Also jetzt nehme ich nicht mehr jeden Scheiß, der mir einfällt und versuche so ein halbwegs gediegenes Ding zu Papier zu bringen. Und da ist es dann schon manchmal so, dass ich da länger brauche, bis ich was finde. Und gerade bei den Krimis ist es so, eine gute Krimi-Idee zu finden, die so nicht 0815 ist. Da tue ich mich gar nicht so einfach. Und deswegen, ja, kann ich heute sagen, die Ideen sprudeln nicht mehr in dem Maß oder nicht in diesem hohen Niveau, wie es früher mal gewesen sei. Heute ist die Qualität mehr im Vordergrund. Früher war es so die Quantität. Und ich komme in die Jahre. Also ich kann nicht mehr ganz so viel raushauen, wie das früher der Fall gewesen ist. Aber es ist ja egal. Es reicht ja, wenn du eine gute Idee hast und die schreibst du auf, da hast du ja dann dein Buch. Es gibt viele Leute, die mit dem Gedanken spielen, selbst auch etwas zu schreiben. Ich habe mit meinem Bekanntenkreis viel. Ich spiele übrigens auch mit dem Gedanken. Aber manche finden einfach nicht den Mut. Und was würdest du denen raten? Wie viel startet man, wenn man was schreiben will, wenn man Ideen hat, aber nicht weiß, wie man anfangen soll? Also natürlich gibt es Lehrbücher. Die sind für Leute, die kein Talent haben, auch gut. Aber wenn jemand eine Erzählstimme in sich hat, dann braucht er das nicht zwingend, weil wir sind ja alle trainiert dadurch, dass wir Filme aus Hollywood sehen, dass wir Serien sehen. Das heißt, Erzählabläufe haben wir verinnerlicht. Wir wissen schon so ungefähr, wann was passieren muss, damit es spannend bleibt. Und wenn jemand denkt, er sollte was erzählen oder will was erzählen, dann empfehle ich wirklich anzufangen. Und gerade meine Frau, die zum Beispiel auch so jemand ist, für den ich immer sage, schreib mal ein Buch über Kindererziehung. Sie ist Kindergärtnerin, wir sind Lehrerin. Die hat so viel drauf. Und ich sage zu ihr, du brauchst im Grunde genommen nur Miniaturen aufzuschreiben. Das passiert, das schreibst du mal auf. Da ist das Ereignis gewesen. Schreib einfach dieses Ereignis auf. Und dann am Ende, wenn du tausend Legosteine zusammen hast, dann fügt sich eine Struktur da manchmal wie von selber. Und wenn du eine fiktive Geschichte hast oder eine biografische Geschichte, dann ist es ja sowieso so, dass du dann nach der Zeitlinie gehst. Und wenn du schreibst und dann dein eigenes Zeug liest und es gefällt dir, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Weil das ist tatsächlich die Zauberformel. Entweder du kannst schreiben, dann musst du so schreiben, dass es dir gefällt und dass du damit zufrieden bist. Dann hast du eine Chance, dass die Leute deine Erzählstimme kennenlernen, sich vielleicht an sie gewöhnen und sie mögen und vielleicht dann sagen mehr davon. Wenn du zu früh mit deinen Sachen rausgehst, findest du draußen ganz, ganz viele Leute, die gute Ratschläge haben und dich möglicherweise in falsche Richtungen lenken. Weil entweder du findest deine Erzählstimme und bringst die authentisch aufs Papier, dann hast du eine Chance. Wenn du aber versuchst, die Quadratur des Kreises, also das will der Markt, das ist das Zielpublikum und das verkauft sich am besten. Ich würde auf das Pferd nicht setzen. Wie schreibst du, wenn ich dich mal fragen darf? Es gibt ja verschiedene Arten. Man setzt sich an gut früher an seine Schreibmaschine, das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so der Fall sein und schreibt drauf los. Oder hast du vorher schon eine Struktur, die du festgelegt hast, die Charaktere vorher schon ausgestattet hast und dann gibt es ja auch verschiedene Softwareprogramme. Scrivener ist eines von denen, was mir gerade so einfällt, wo man dann auch das zuordnen kann. Oder schreibst du wirklich drauf los? Ich habe tatsächlich so auch mir Autorenprogramme, also Schriftstellerprogramme runtergeladen, die allerdings meinen Horizont übersteigen. Ich verstehe das nicht. Also ich kriege das nicht hin. Links steht hier Notizen. Ich kann das nicht mal irgendwie hinkriegen, dass diese Notizen da sind. Ich kann dieses komplexe Ding nicht bedienen. Also schreibe ich jetzt inzwischen wieder Word, weil das hat zu nichts geführt. Und ich schreibe dann, sagen wir mal, los, wenn ich weiß, welche Wendepunkte ich habe. Also ich muss eine gute Idee haben und die gute Idee für ein Buch, das sind 20 Prozent, der zweite Wendepunkt, das ist das Gold. Wenn du den hast, die Point am Ende, die das Ganze zum Höhepunkt werden lässt, dann bist du auch mit einem guten Fahrwasser. Das musst du haben. Also so drauf loszuschreiben, dass man nicht weiß, was am Ende ist, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich denke halt lange im Vorfeld darüber nach, aber ich mache mir keine Notizen. In meinem Kopf gestaltet sich allmählich so ein Gebilde und wenn ich halbwegs sicher bin, dann fahre ich drauf los und dann ergibt sich vieles beim Schreiben. Also das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Und ja, ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich nicht ein Buch diktieren will, weil ich so Rückenschmerzen kriege, wenn ich am Tisch sitze und meine Hände schweben über der Tastatur und ich tippe und das habe ich früher immer gemacht und inzwischen sind dann meine Schultern total verhärtet und ich habe Rückenschmerzen. Also inzwischen ist es unmöglich, so zu schreiben. Jetzt liege ich im Bett, habe ein Tablett, das kann man dann hochstellen, da habe ich einen Laptop drauf und dann tue ich Kissen unter meine Ellbogen und dann liege ich da wie der arme Poet und schreibe so. Das funktioniert. Und der versucht dann, Bücher zu diktieren. Ich hatte alles bei Samen, ich hatte ein super Mikrofon, ich hatte das Programm, das Diktierprogramm und alles und ich bin davon wieder abgekommen, weil ich habe diktiert und es waren dann doch so viele Fehler drin, weil viele Sachen Namen, die kennt das Programm nicht, Eigennamen oder so oder versteht es falsch. Und das heißt, du diktierst was und dann steht der Satz da, aber du musst jetzt doch wieder korrigieren und letztendlich, wenn ich das aufschreibe mit der Hand, baue ich weniger Fehler rein und brauche weniger Zeit zum Korrigieren. Ich habe das also wieder abgeschafft und jetzt schreibe ich wieder ganz normal mit den Fingern, weil das ist keine große Einsparung. Vielleicht gibt es irgendwann ein Making-of, wie man dich im Bett liegen sieht, wie du dein nächstes Buch schreibst. Ja, ich hoffe nicht. Noch ein abfließender Tipp für Leute, die vielleicht schon in Romanen fertig geschrieben haben, der vielleicht sogar ein bisschen in die Mainstream-Richtung geht und die würden sich gerne an einen der großen Verlage wenden. Du hast ja mit etlichen großen Verlagen, Pieper jetzt zuletzt, auch zusammengearbeitet schon. Wie würdest du, was würdest du den Leuten raten? Wie geht man da vor, wenn man seinen Verlag wenden? Es ist leider so, dass sehr, sehr viele Leute Manuskripte einsenden. Der Verlag kann nicht diese Manuskripte alle wirklich prüfen und deshalb gibt es die Agenten. Die Agenten betreiben eine Vorauswahl. Das heißt, wer irgendwo unterkommen will, sucht sich einen Agenten, weil der Agent geht zu den Redakteuren, die er kennt und sagt, hier, ich habe das, das könnte dir gefallen und so und das, was der Agent den Redakteuren von verschiedenen Verlagen bringt, das sehen sie sich dann auch an. Und damit mehr Zeit haben sie auch nicht. Sie können gar nicht die anderen Manuskripte überhaupt angucken. Also das heißt, die erste Hürde, die man nehmen muss, ist, dass man Agenturen anschreibt, denen das Manuskript schickt und sagt, hier, habt ihr Lust, mich zu vertreten? Und ich habe damals eine Agentur gefunden, die hat schon auf ihrer Website gesagt, Leute, wir sagen es euch gleich, wir wollen, dass euch euer Buch jetzt umhaut und wenn dieses Manuskript mit gleich zehn Tippfehlern auf der ersten Seite herkommt, fliegt es bei uns gleich in den Papierkorb. Boah, da war ich sehr beeindruckt. Dann habe ich echt Korrektur gelesen und habe dann meine Elchurin dahin geschickt und der Typ sagt, ja, der hat mich umgehauen und waren auch nicht so viele Fehler drin, der hat mich dann vertreten. Und dann war es tatsächlich so, obwohl der 14 große Verlage mit dem Elchurin beschickt hat und überall da Kontaktleute hatte die erkannt und gesagt hat, das fand ich super witzig, lese ich das durch, gab es 13 ganz glasklare Absagen, nee, das wollen wir nicht. Und eine Frau von Goldmann hat gesagt, das ist super, das nehmen wir. Das war mein Glück, sonst hätte ich bis heute kein Buch beendet. Das neue Buch Books on Demand im Eigenverlag, vielleicht kurz, wie funktioniert das? Also bei Books on Demand kann man da, wenn es gut geht, investiert man 20 Euro, dann kriegt man eine ESPN-Nummer und die veröffentlichen das auf ihrer Plattform. Du musst also quasi nur, in Anführungsstrichen, das Manuskript hochladen und das Cover. Das Cover musst du dann aber auch eben machen lassen. Das ist gar nicht so einfach, weil der Buchrücken muss genau ausgerechnet sein. Also das heißt, du musst den professionellen Cover-Macher haben, außer du kannst es selber, aber wer kann das schon? Und der berechnet dann genau, das sind so und so viele Seiten, so dick muss der Rücken sein und so ist die Frontseite und die Rückseite. Und dann lädt man also das Cover und den Buchblock, also das lädt man dann eben hoch auf die Plattform und dann sagt man dann, dann will ich das veröffentlichen, schreibt noch, weiß nicht, eine Inhaltsangabe und ein paar Sachen muss man da ausfüllen und dann bringen die das raus. Die prüfen das dann noch, ob du nicht irgendwelche Schwanereien reinschreibst, ob du nicht irgendjemand bist mit dunklen Plänen oder antisemitischen oder rassistischen Hintergründen, das wollen sie nicht und das wird also daraufhin geprüft, dass man das kriegt, wenn das einwandfrei ist, dann lassen sie es durch und mehr machen sie aber auch nicht. Erscheint es dann bei Amazon, bei Thalia, bei Oral Füstli und wo immer, eigentlich ganz bequem. Wenn man eine Hilfe haben will von den Leuten, muss man so 300 Euro investieren, dann unterstützen die einen auch ein Stück weit, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, was weiß ich, dass der Textumbruch nicht klappt und man das nicht hochladen kann und so. Aber das ist eben eine relativ unkomplisierte Form, weil man keine Redakteure hat oder Lektoren, die einem sagen, nein, ich möchte nicht, dass das Wort Scheinen in ihrem Buch erscheint, denn wenn das Wort Schienen und Scheinen, das macht einen Text schwammig. Also das sind so Sachen, damit hast du dann zu tun, mit Lektoren, die Philosophien haben und die dann in dein Buch reinarbeiten. Also das ist schön, wenn man frei arbeiten will. Das glaube ich. Hast du selber ein Vorbild, lieber Rochhaus, oder einen Autor oder eine Autorin, wo du sagst, die Werke von der Person lese ich gerne? Also auf dem humoristischen Gebiet ist Eva Heller super. Also ich bin wirklich sehr traurig, dass sie so früh von uns gegangen ist, weil ihre Bücher waren immer ein Fest für mich. Also Eva Heller fand ich super. Auf dem Krimi-Sektor bin ich natürlich Thomas Harris Fan. Also die ganzen Hannibal Lecter Bücher fand ich ganz, ganz großartig. Und ja, ich bin kein Sebastian-Fitzek-Epigone. Das ist so gar nicht meine Welt. Aber also ein Buch, wo ich sagen kann, das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Das war Fräuleins Millers Gespür für Schnee. Einfach, weil ich da eben gesehen habe, Mann, oh Mann, oh Mann, ist das Buch gut recherchiert. Und jedes Detail, also der war so ein Fachmann für alles, was der geschrieben hat. Dann war das Buch auch noch so spannend und so originell. Das ist für mich eine Blaupause für, also so ein Werk muss das mal schaffen. Ja, ich bin auch kein großer Fitzek-Fan. Das kann ich mal so sagen. Der braucht auch keine Fans mehr. Der hat genug. Der hat genug. Reicht auch. Der braucht er aber auch nicht. Mehr sollte er nicht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Über Fitzek möchte ich jetzt nicht reden. Ein für mich besseres Autor sitzt heute hier gegenüber. Aber man kann sagen, Fitzek ist auf jeden Fall etwas erfolgreicher als du noch. Oder kann man das so sagen? What? Vielen Dank, lieber Rochus. Wo findet man denn Infos zu dir? Wo kann man den Film sehen, den wir angesprochen haben vorhin? Der Film ist einfach YouTube. Kennt ihr alle? Ja. Irgendjemand hat geschrieben zum Ingolf Lück. Sag mal, es ist nicht ein bisschen peinlich, im Reschke-Fernsehen aufzutreten? Da musste ich lange überlegen. Hab ich gedacht, Reschke ist wahrscheinlich der Typ, dem YouTube gehört. Keine Ahnung. Also bei YouTube gibt man ein, die Seele von Arnsberg. Okay. Oder Rochus Hahn. Und dann erscheinen die ganzen, auf meiner Plattform, es gibt neun Filme. Vielleicht werden es ein bisschen mehr. Ich will vielleicht noch ein paar Filme drehen über meine Erfahrung als Romanautor. Weil das oft gefragt wird, was hast du für Erfahrung? Und naja, die Bücher, RP Hahn im Internet. Es gibt keine Verlinkung zwischen Rochus Hahn und RP Hahn. Wenn du Rochus Hahn eingibst, kommt alles von Rochus Hahn. Aber RP Hahn erscheint nicht. Und umgekehrt. Und ich wollte jetzt letztens auf meiner Wikipedia-Seite eintragen, dass sich jetzt die Familie, Vorzeigefamilie, dass die jetzt draußen ist. Und es stand aber, sie sind gesperrt. Und dann habe ich gedacht, oh nein, ich will jetzt nicht mit Wikipedia. Ich habe den sogar gespendet. Ich habe den 10 Euro gespendet. Jedes Jahr sammeln die da ihr Geld ein, weil sie so arme Kerle sind. Und dann sperren die mich. Das fand ich schon nicht in Ordnung. Vielleicht sollte man einen Artikel mal schreiben über gesperrte Personen bei Wikipedia. Auf Wikipedia. Ja, es gibt ja nur mich. Ich kenne ja nur mich. Nein, nein. Also das ist alles okay. Irgendwann kommt schon jemand, der nicht gesperrt ist und schreibt das dann rein. Ja genau, das ist, wenn irgendjemand von euch nicht gesperrt ist, schreibt doch bitte auf meiner Seite, dass die Vorzeigefamilie erschienen ist. Ihr der Gast bei Fulda Kulturi Podcast darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und welchen Song hast du dir ausgesucht diesmal? Ich bin ein ganz großer Freund von Geichkind. Ich war tatsächlich schon auf zwei Konzerten von denen. Und einer, der mich musikalisch total angesprochen hat, weil er schon fetzig ist, aber vom Text her noch mehr, ist Die Welt ist fertig. Die Welt ist fertig, kommt auf die Playliste. Der Podcast ist auch fertig. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin raus für heute. Es war mir eine Ehre, dass du der erste Gast warst, der zum zweiten Mal so rum hier im Podcast dabei war. Ich bin raus. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst bei den Hörerinnen und Hörern und den Hörenden verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mich hattet.